Aber hier, warte, wir müssen trotzdem mal die Verbindung kaufen. Da fliegt immer noch was raus. Hey, Betty, ich glaube, ich wäre damit zufrieden. Dankeschön. Äh, weil die Kiste überlastet ist. Japanese Glass ausgewählt. Weil ich das unten auch genommen habe. Ich soll es einfach direkt anschließen an die Ferries. Weil es so glasig aussieht. Nee, direkt. Hier unten ist es nicht. Klar. Hier unten ist Bubble Glass Pain. Bett. Ja, das... Warte, wir lassen es nicht so viel kurze Zeit durchlaufen, Jona. Und wo hast du jetzt... Und, ich habe noch eine Idee. Lass mich mal durch da hin, Jona. Ach, was habe ich hier gemacht? Warte mal ganz kurz. Was ist das hier? Warte mal, hast du recht. Ach, Leute, ich habe... Ich habe die... Glass Pain... Vielleicht brauchen wir noch eine Verbindung. Auf einen Carpenter-Block gemacht. Ich bin ja schlau. Also... Nicht schlecht. Doch, wenn ich niemals gekommen bin. Herbert, kannst du das Glas nochmal abbauen? Bitte? Mit der Silk Touch, bitte? Ja. Und dann kannst du mir die am besten mal geben. Ich muss nochmal woanders machen. Ja. Warte, ich komme hoch. Nee, ich bin hier schon. Kriege ich eigentlich auch was vom Ertrag? Ich bin. Ist du jetzt hoch? Ah, du hast ja eigentlich... Bin jetzt auf dem Dach, ja. Was? Jetzt bin ich jetzt... Tja, meine Curries ist halt nicht am Laufen. Alter, ich bin jetzt gerade hoch. Herbert, warte, dann weißt du, wie viel das ist? Ach so... Ja, aber sowas wie Diamanten oder sowas wie Diamanten ist, kann man ja nicht bei Herbett nehmen. Guck mal, die Spitzacke noch. Hatte ich noch sowas? Guck mal, die Spitzacke, Herbert. Ich brauche das nochmal. Man muss mal mit ihm reden, aber eigentlich... Die Spitzacke, ja, hier. Das ist die so unverkaufschaue Dings da. Krass. Aber wieso läuft denn Jona? Was denn? Da, ich komme euch wieder, ich packe den Zeug weg. Hm, danke. Always Active. Hier. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Man muss es halt alles auf Always Active machen. Ja. Das haben wir halt nicht. Der Klassiker. Ja. Der Klassiker. So. Jetzt läuft es auch hier in der Kiste perfekt ab. Schneller oder perfekt? Perfekt. Ich brauche es. Aber es ist auch gerade gar nicht aktiv. Ja, ja. Hier sind schon wieder so viele Zombies. Kann es irgendwie sein, dass hier irgendwo ein Zombie-Dings ist? Ein Zombie-Spawner? Nein, hier ist einfach nur dunkel. Na ja. Na, nur sind wir wieder Zombies. Na ja. Ähm. Sieht genau gleich aus wie das. Kann eigentlich die Query ein Spawner abbauen? Ich glaube, ja. Ja, die baut alles ab, Jona. Jona, wenn es wieder zu viel wird, bau es ab, ne? Bitte achten wir mal darauf kurz. Für die kurze Zeit. Nee, das wird nicht zu viel. Sonst musst du den Strom sogar drosseln. Das musst du einfach weniger Strom. Hat jemand von mir Cheeseburger genommen? Äh, immer mal wieder, ja. Nee, weil heute Morgen waren irgendwie 600 und jetzt nur noch 650. Nee, also heute nicht. Das ist aber schlimm. Nur noch 500 Cheeseburger. Nee, es war nur so ein Riesensprung, deswegen war ich verwirrt gerade. Also ich habe mir vielleicht ein, zweimal welche genehmigt. Aber nur für den normalen eigenen Gebrauch. Der aber nicht sehr wenig ist. Anscheinlich. Naja gut, vielleicht so. Nicht mehr als normal. Man mag Claude aber auch gerade, merke ich. Also ich bin heute vielleicht kurz mal auf der W-Taste ausgerutscht und auf meiner Sprint-Taste und bin zwei Stunden umsonst gelaufen. Die ganze Zeit dabei Cheeseburger. Toll. Und ich habe die ganze Zeit dabei Cheeseburger gefressen. Kann sein, dass dabei ein paar verloren gegangen sind. Nee, einfach bauen und bauen und bauen. So viel. Was baust du denn eigentlich gerade? Ich baue gerade mein Erker und mein Fenster und überhaupt alles mal ein bisschen vorwärts hier. Macht echt Spaß. Ist es eigentlich schlimm, wenn ich die Konsole abbaue? Nee, ne? Oder? Äh. Die ME-Konsole? Welche Konsole eigentlich die ganze Zeit labert, ey? Och, vom ME-Terminal. So. Ja, klar, danke schön. Ah, ja. Hm. Ja, ja, klack. Ja, genau. Ich glaube, ich baue das noch um zu einem Crafting-Terminal. Ich gucke mir jetzt mal dieses Bibliocraft an. Ich gucke mir... Hä, weil das ist deine komische Architecture-Craft-Bank wieder mitgenommen, ja, ne? Die steht ja noch, glaube ich. Nee, weil ich habe eine. Das habe ich. Achso, ja, warte. Die nehme ich mal wieder mit. In E-Gruven war das, glaube ich, in einem, äh, da in deinem, äh, Angelsteg da auf dem Wasser immer mit Bibliocraft. Ja, ja, ja. Das ist recht schöne Dekoration. Hm, das ist wirklich. Auch sehr einfach zu crush. Oh, lol. Alter, wir sind nicht so viele Viecher. Was ist denn hier los? Ach, das Wort für das ist ja... Silikon, 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 Silikon. Wo bist du hin, du Silikon? Hey, wo ist mein ganzes Silikon hin? Hey, jetzt klappt es aber gut, Jona. Ähm. Gut, ist ja perfekt. Alles, alles Tutti Frutti. Frutti Tutti. Gedrosselt? Äh, Jona, hast du da die Geschwindigkeit der Query gedrosselt? Nee. Ich habe da jetzt erstmal nichts verändert. Aber wahrscheinlich ist der Strom jetzt... Hä, 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 wo ist denn das? Was wollen wir das? Da ist Silikon hin. Ach, muss ich wieder Neues machen, oder was? Da ist so ein Block in der Mitte, der nicht abgebaut wird. So mehrere, hast du die da hingemacht? Was? Da sind so Blöcke in der Mitte, die nicht abgebaut werden. Ah, so ein Kakaos. Die hat... Hey, hä, kann eigentlich gar nicht sein. Conor, hast du eigentlich nochmal ne Eisenschwert? Äh, hab ich deins... Ja, sicherlich. Ich glaub schon, ne? Ich hab auch noch deine komische Spitzhacke. Ach ja, die, die da sowieso... Ach, das ist... Das ist ja ne Carpentry Bench. Ach, schön. Ja, die heißt... Ich hab gedacht, ich hab selber ne Architecture Craft Bench und ich hab auch meinen, aber... Weißt du noch, wobei Architecture Craft alles weggeflogen ist? Äh, ich weiß nur, wie bei dem Uncrafting. Ne, ne, ich mein, dass alles, was bei Architecture Craft war, dass es weg war auf einmal. Deine Treppe... Ach ja, 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 ja. Ach so, ja. Und davon war auch das Ding an sich betroffen. So, diese Dinger, mein ich, da kann man nämlich diese Overhang... Damit kann man nämlich irgendwie... Oder sowas hier, das hier. Corners. Ich hab da aber noch nie gebaut. Das Problem ist, man muss es auch immer zurückcraften. Er kann es nicht zurückcraften, mein ich. Kann ich irgendwie aus Charge Zertus Quartz Puren machen? Ja. Äh. War ein bisschen komplizierter. Links, rechts. Oh, Valley, das ist so kompliziert. Ist grad Nacht. Heute? Ähm, weiß ich denn nicht. Ja, ist es. Lass mal bitte schlafen gehen. Ja. Und, darf ich nochmal rumkommen jetzt bei euch? Ja. Ich will das gleich mal angucken. Aber du darfst nicht den Fahrstuhl benutzen. Ich glaube, ich kann jetzt einen guten Cut machen bei mir gerade, weil ich hab jetzt... Mein Haus ist eigentlich so gut wie fertig. Ich hab eh Stiege übrigens. Warte, ich... Ich bin... Jetzt bin ich der Letzte, der uns bin. Ne, ne, ich bin auch nicht ganz alt. Ja, so, dann jetzt. Oh. Also, was ist das? Oh... Oh, ist das? Oh... Jona? Ah, danke. So. Ich bin immer gleich aggressiv. Alles gut. Ich bin müde, Mann. Warte, ich guck mir das jetzt nochmal alles hier an. Also so wirklich zufrieden bin ich nicht, aber es geht. Also eigentlich ist es total scheiße. Ich war noch nie berühmt für meine schönen Bauwerke, deswegen, darauf kann ich mich immer ausruhen. Das stimmt. Nee, es ist so. Ich war noch nie gut im Bau. Oh Gott. Also so mega, dass es immer schick aussieht. Hi, Konrad. So, warte mal, was wollte ich jetzt machen? Okay, ich bin jetzt hier herhingerannt. Ich bin jetzt unten, ich will nochmal ganz kurz meine Karten mit der Sachen einsortieren. Schneller. So, also Dark Oko, das ist gechiselt. Warte mal, das gechiselt noch zurück. Das ist doch die erste Karte. Loi, warte, was? Ist eine Hexe an deinen Dings? Hexe? Hexe, Hexe. Übrigens, deine Schmiede ist voll mit Lava, das ist dir bewusst, ne? Lava, was? Der Endertank pumpen, wenn der normal ist, hier tankt voll, das alles in deine Schmiede. Du hast 316.000 Mini-Bugges Lava an deinem Schmiede. Scheiße. Oh, ich vergifte gerade. Hey, Loi, wieso das denn? Oh, warte, das Spektadel möchte ich mir auch mal ansehen. Das ist nicht spektakulär, das ist immer die Schmiede komplett voll mit Lava. Die Frage ist nur, wie kriegt das wieder Chaos? Ich habe ein halbes Herz, das ist nicht schlagen. Okay, da habe ich... Warte, ich möchte es sehen. Guck mal, ich habe ein Anschraubensier, Konrad. Ja, kenne ich schon. Oh ja. Egal, wie ich die schlagen, du bist sowieso tot, Herbert, also... Oh ja, ich weiß, ja. Oh ja. Guck mal, guck mal rein. Sie ist voll. Aber warum? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wenn du jetzt mal gucken willst, ne? Ja, du kannst ja bei mir auch mal ganz, guck mal, du kannst ja mit hochkommen. Das sieht irgendwie voll cool aus bei mir. Ich habe halt so... Hast du jetzt eine Treppe endlich? Ja, ja. Trashcan, haha. So, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ja, ne? Mit dem Ding und so. Ja, das hast du, glaube ich, schon gesehen. Genau, kannst du mal hochgehen hinten. So, ja. Hier, guck mal, ich habe diese komischen Erker. Sieht von außen ein bisschen komischer aus, aber es geht. Diese Dinger hier. Aber habe ich für Hauptsache noch ein bisschen Licht hier drin, ne? Ach, finde ich... Oh, das dauert das lange, dieser Zertus-Quarz und Sand, damit das zusammenkommt? Darum ist noch nichts. Das, glaube ich, lass ich noch ein bisschen. Ein ganzer Tag dauert das. Alter. Aber, Herbert, hast du nicht so... Aber wenn ich da aus dem Chunk gehe, dann geht das nicht weg oder so. So, jetzt komme ich noch mal zu dir. Warte. Der Fahrstuhl ist gerade gut benutzbar. Ja, lauf einfach vor euch, ich lauf dir da. In kurzer Zeit ist er benutzbar. Biss mal hier. Fusch. Da ist ein ganz schöner Umweg, den wir laufen. Herbert, wo ist dein ME-System? Gar nicht, ich lauf gar keinen Umweg. Ich lauf den Umweg, Herbert nicht. Seid ihr vor mir dran. Da. Ich bin sowieso vor dir da. Hier hin, oder was? Daher? Ja, da runter. Was höre ich denn? Was ist das für Geräusche? Was ist denn das für ein Generator? Achtung, Heilige. Hast du dafür irgendwie eine automatische Maschine für diese Kuchen-Certus-Quarz-Dinger? Das ist ganz schön groß. Ja, aber das Ding ist das... Wow. Wow. Alter, heftig. Hä? War ja nicht eben noch... Ich lasse da mit, worauf ihr da drauf steht. Ja? Das geht nämlich irgendwie nicht weg. Hä? Ich checke gerade gar nicht, was du abbauen wolltest. Rufen, hast du eigentlich... Ähm, Rufen, hast du eigentlich... Ja. Dann komm ich einfach durch. Lass da hin. Na, ein ME-Crafting-Terminal? Das ist ja gut. Oder wie hast du das eigentlich gemacht bei dir? Ich hab das einfach gemacht. Achso, oder was denn? Was meinst du denn? Ich hatte natürlich ein bisschen Hilfe von Herbert. Cool, wie das verbunden ist. Ich kann der Maschine mal ein bisschen helfen. Rufen, weißt du was? Äh, genau. Ja. Ich finde es echt cool, wie man hier von dem alten Eingang hier jetzt runtergehen kann und dann da an die Quillie rankommt. Das ist hammergeil, wie das so verbunden ist. Das ist cool. Herbert, was machst du da? Ich helfe der Maschine. Ah! Da ist nicht da in der Mitte. Die Maschine soll das alles schön selbst machen. Oh, das sieht nicht so viele Monster, ey. Leuchtet mal aus. Ne, baut ja eh ab. Aber es sieht cool aus. Ich finde diese Queries immer sehr, sehr spektakulär irgendwie. Also die vor allem. Warte, ich kann mal in der Minute nochmal gucken. Die ist aber schon auch wieder feuchtfröhlich dabei. An der Mitte, siehst du da. Na, wenn du dich, hätte ich nur rot gekämpft, lass. Oh, Leute, ich kann richtig fett Level farben hier in der... Hessi, äh, Hessi, sag ich schon. Also auch du das nötig hättest. Herbert, kannst du das in der Mitte da bitte mal abbauen? Ja, genau das. Das hier? Ja. Ach, Herbert! Ich weiß nicht, warum das da so bleibt. Warum die Query das nicht abbaut. Oh ja, meine Query ist auch wieder gut dabei. Oh cool, die ist immer so produktiv. Sagst du zu deiner? Ja, nee, ich freue mich einfach, dass ich wieder ein bisschen... ...wieder ein bisschen so... ...ein bisschen Kobalt habe. Wobei? Daran messe ich irgendwie alles, ob ich produktiv bin oder nicht. Ey, Digga, der ist voll krass, der macht richtig viel Kobalt. Ja, warte, viel hat er jetzt schon? Hä, ist da hinten Lava? So, 48.000. Ach, du bist gar nicht mal hier. So, ab nach Hause. Was ist, bei der alten Query eigentlich noch was? Also ich könnte jetzt eigentlich gerne eine Stucke hinsetzen und zugucken. Das ist echt cool hier. Ach, schön. Die ganze... Die ganzen Monster, die hier sind. Wir sind Golems, Creeper... Äh, Skelette... Seht ihr eigentlich meine Flügel? Enderman... Alter, das ist krass. Da wird... Das wird noch eine Schlacht auf mich zukommen. Konrad? Ja, ja. Meint er dich? Ja, sehe ich. Ja, sehe ich. Das ist voll cool, also den Monokel und den Flügeln irgendwie. Warte, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal mein Haus... Warte, ich gehe mal in Game Mode... ...den Betreuer mal angucken, weil mich jetzt interessiert, ob ich noch was machen muss oder ob ich... ...und meinem Heiligenschein. Oh. Jetzt soll ich mir noch capslocken. Richtig cool, ey. Ich hab meinen Heiligenschein, Monokel und Drachenflügel einfach. Ich hab nix dergleichen. Ich glaube, ich bin mit meinem Haus zufrieden. Es sieht nicht wirklich geil aus. Ich halte die Fenster gern ein bisschen weiter oben. Aber das geht leider nicht. In die Richtung kann ich eh keine Fenster machen, weil da die Terrasse ist. Also ich hab ne Spitzhacke in meinem Kopf. Als Hut. Ich glaube, ich lass das so. Ich glaube, ich bin zufrieden. Ich bin ein wirklich... Ich glaube, Herbert, dann kann ich nächstes Mal, was ich von Anfang an machen wollte, Felder bauen. Ganz klassisch. Hier, Jona. Hinter dir. Ich bin ein wirklich ungeschickter Mensch. Ich kann das. Warte mal. Krass, kann man ja mehrere Hüte gleichzeitig haben? Nee, es ist ein Monokel und das hab ich mir gebaut. Und dann halt dann gut als... So. Oh, viel dir. So, hier kommen dann die ganzen Felder hin. Das wird auf jeden Fall... Hallo, Herbert. Bisschen Kohle. Herbert, also, ähm... Herbert, also, Herbert. Ja. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Nimm dir die nicht richtig. Oha. In meiner... In meiner... In meiner Cap-Hessen-Bank kommt einfach gar nichts mehr rein. Ja, das ist halt... Ist das ein schönes Gefühl oder kein schönes Gefühl? Das ist krass, einfach nur. Weil dein fettes Ding einfach nur am... Ähm... Ja. Saugen ist... Ja, einerseits verkackt, aber, ähm... Das ist so cool. Dein fettes Ding ist am... Am saugen. Mein fettes Ding ist ziemlich cool. Das putzt alles weg. Oh, wie schön. Bin jetzt echt happy. Mein fettes Ding steht zurzeit einfach nur im Schrank um. Ich geh raus. Oder... Oder T. Leute, wir sind echt. Abartig. So, haben wir noch was gedacht? Wieso? Ihr habt falsch gedacht. Hm. Du hast es uns auch in den Mund gelegt. Ich hoffe. Aber ich... Das war gar nicht meine Absicht. Ey, komm. Reaktionszeit, Alter. Ey, das gibt's gar nichts. Oh, Mann, du falsch rum. Hoch, komm schon, ey. Ein Rad. Arsch. Wim. Was? Kick bei den Operator, weißt du? Ich... Ihr habt auch Rechte, ja. Das passt sogar ganz gut. Rufi left the game. Hätte ich euch mal lieber nicht, ähm... Hä, hast du uns gelegt, oder wer war das? Beru, ne? Mein Elbogen tut weh, aber... Nach unserer großen... Wir haben endlich dies... Das könnte knapp werden. Glosturm bei die Schiffe. Ach, Leute. Scheiße, was? Hm, weiß ich nicht. Sie baut so schön ab. Irgendwas gibt's rückt und irgendwie... Oh, da ist ein Zombie mit nem Hut. Cool. Den will ich töten. Verdammt. Scheiße. Herr Zombie, Sie haben einen wirklich schönen Hut. Bitte sterben Sie! Hallo? Hä, wieso krieg ich den Hut nicht? Wieso, ich bin so weit weg von Mikrofon. Ja, der, der schon hart ist, wahrscheinlich. Alter, da sind vier Hacks. Vier Hacks? Ja. Hacks, nein. Ah, ha, ha, ha. Ne, ich hab echt eben Hex... Ich hab nur Hex gehört eben. Ja, was ich gesoomt habe. Nur mit deinem Zoomen, Alter. Oh, episch, wie die Sonne untergeht da hinten. Umzoomen. Oh, ihr werdet alle... Wir werden alle zwei ME Drives voll mit 440k Zellen. Und eine mit 1k links. Oh, wir werden alle was? Oh, ja, ach so. Die Monster werden alle einen Block nach unten fallen. Oh, ha, ha. Du bist jetzt wie Gott mit deiner Query, ne? Oh, da hinten ist ein Creeper mit... ... total coole Hüte auf. Ne, okay, dann muss ich mal hinzu. Ja, muss ich... So, lass mich mal durch, ich bin Arzt. Die haben... Oh, hier ist eine riesige Schlucht. Warte. Du weg. Okay, ich hab nur einen coolen Hut. Aber den bin ich auch noch. Nein, warum darf er eigentlich eine Query haben? Scheiße. 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 Scheiße, hier ist ein Golem. Ob der, der keiner haben will. Scheiße. Naja, weil... Das macht in der Nähe unseres... Oder liegt das daran, weil sie unter dich ist? Ne, das macht er ja nicht aus lange Weile. Er macht das ja nicht für die Ärzte. Er macht das ja, weil er das braucht. Ich möchte doch nicht in der Höhle haben. Scheiße. Ich geh gleich drauf. Hä, vor allem, was war die Frage mit... Naja, es geht ja darum, wir haben ja mal zu Jona gesagt, er soll keine Query aufsetzen, damit hier kein Loch im Boden ist. Aber Ruben macht es ja genau deswegen. Weil er das braucht. Scheiße. Ach, du machst damit eine Höhle? Ich dachte, die wäre schon so fett. Oh, Jona. Was willst du denn da für einen riesen Keller bauen? Kommt da dein Nazi-Bahnhof rein? Also beim Nazi-Bahnhof würde ich gerne helfen. Hey, ich hab die Rechte dafür. Ich hab ja den vorhin nochmal angeguckt, so witzigerweise den Nazi-Bahnhof. Sieht nicht vielleicht ganz schön scheiße aus. So ganz so Nazi, ich war der gar nicht. Aber Bahnhof, ich kann mich mal mit Train-Craft beschäftigen. Ja, ne, ihr wolltet doch ein riesiges unterirdisches System bauen. Kann ich auch noch ein machen, wenn ich... Ich wollt das überirdisch bauen, weil... Oder überirdisch, ja. Warum sollten wir richtig krasse, schöne Züge bauen und sie einfach die ganze Zeit nur unterirdisch fahren lassen? Das ist doch total falsch. Ja, ich war... Ich bin gerade in die Query reingefallen, hatte gerade das Kampf meines Todes. Hey. Seid ihr nah bei Betten? Nein. Warte nicht. Gar nicht. Oh, schade. Ich bin die Stark. Ja, dann. Dann ist egal. Stimmt, ja. Warte, ähm... Warte, mein Haus, gibt's dann was abzuhaken? Ne, ne? So, bespielt es also. Ich glaube, ich werde mich langsam verabschieden jetzt. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich machen soll. Noch, also, kleines. Also, warte, ich könnte mal... Nun hat der immer was für dich zu tun. Nein, ich weiß schon, was ich machen soll, aber jetzt... Heute, meine ich. Ich könnte mal einen Blick auf meine Draw... Auf meine Gartens werfen. Was ich da noch brauche. Grass Garden. Ich habe die Zettel tatsächlich immer noch. Oh, fuck. Nein, haben wir später. Also, paar... Paar Sachen fehlen leider noch. Ich glaube, ich muss mal wieder auf eine Reise gehen. Ich habe, glaube ich, in Star Wars 2 noch nicht einmal eine Reise gemacht. Das ist echt ganz schön lächerlich eigentlich. Ja, aber du findest das sowieso nicht anders als der Pizzenjama. Nein, aber ich brauche für Gartens auch. Ich brauche mal gucken. Jetzt bist du wieder so leise gerade. Ist doch Gart... Ja? Ne. Ne, ist er nicht. Oh. Ist gerade halt die Infusion. Ich habe übrigens gerade wieder so einen Skorpion andeckt. Herbgarten? Habe ich bei Herbgarten alles? Falls er eigentlich noch an den Skorpioner landen kann. Ja. Ach ja, die Skorpione, ey. Guck mal, bei Herbgarten fehlt mir noch Garlik. Ich weiß wieder. Ist eigentlich irgendwo Garlik? Da, Garlik. First Try. So, wie kann man, ähm... Diese, äh, die Farbe ausmachen? Also bei, äh, wenn man Wegpunkte setzt bei, ähm... Oh, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe es noch mal gemacht. Ich kann gerade fragen. Was ist? Wie man, äh, diese... Die Wegpunkte ausmachen. Ja, die Farben. Äh, M drücken und dann bei den Wegpunkten auf Off stellen. Also da ist Teleport, Find und dann On, Off. Ach, ja, genau. Aber ich kann mich noch in Teleportieren, oder was? Ja. Klar. Ach, Gottchen, ey. Nichts weiter als Off. Ach. So, Garlik hab ich. Cool. Ich kann bei Garlik einen Haken machen. Was soll ich das noch erleben? So, ich kann nämlich hier einen Haken machen und dann kann ich mir jetzt Hopgarden durchstreichen. Ich bin so glücklich, jetzt eh endlich ein ME-System. Warte, der Setgarden kann ich auch durchstreichen? Ich hab hier doch... Oh, ich hab hier auch ordentlich Eglowit. Schön, dass ihr alle auf einmal so endlich ein ME-System sagt. Nächste 30, bevor wir schon ein ME-System haben. Tickst. Irgend lustig. Ja, was ist das jetzt für ein komisches Monster hier? Nee, dabei ist das... Und die, äh... Ich find meine Query... Dabei hast du nur in den Spiegel geguckt. Ich brauch Grassgarden. Nein, dabei hab ich, äh, nur die, ähm... Halt hier mein Grassgarden? Abbau-Ding. Ich glaub. Ground, Tropical, das hab ich alles... Was ist das hier hinten? Grassgarden! Hab ich das gesammelt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Oder... Nee, das muss ich ja hier hingesetzt haben. Mach das mal ein bisschen zentral, ey? Ach, die Musik ist grad... In den Sp... Ich hab grad viel Freude Eierkuchen. Barley brauch ich noch. Cool, hab ich. Was fehlt mir noch? Outs, hab ich Outs? Also wie gesagt... Ich würd mich jetzt auch langsamer gerne mit Trank machen. Dry. Oh Mann, hier haben wir noch keine Outs. Ach, scheiße. Oder wollen wir erst den Zusammenschluss machen? So, Uwe. Ja, äh... Ich... Möchte erst mal das, was ich vorab... Du kannst den Zusammenschluss auch mit Trank noch verbinden. Dass du dich mit Trank noch den Zusammenschluss machst. Ja, wir machen das schon, Herbert. Wir werden... Wir machen das so wie... Ich bin müh, das war... Aber... Aber ich würd erst mal meine... Es war nicht irgendwie böse gemeint. Das war einfach nur... Ich würd gern jetzt... Aber genau, ich würd erst mal meine Forschungsstation, glaub ich. Mann, ich brauch Oat. Hat jemand von euch Oat? Nee, ne? Ist das so ein gutes Gefühl? Wenn man nicht sicher ist, kann aber gut sein. Guck mal. Das fehlt mir nämlich noch. Dann hab ich nämlich bei Grassgarden auch alle. Also, ich hab Grassgarden noch hier rumstehen, aber jetzt zwei nur. Und die müssen erst so wieder neu nachwachsen. Ich weiß gar nicht, kann man die irgendwie beschleunigen? Nee, ne? Warte immer noch Grassgarden irgendwie übrig. Nee, ich glaub ihr... Sammelt die ja immer alle ab direkt. Äh, Herbert, dieses Slimeball, die haben jetzt wieder ein normales Textur. Ja. Die sind scheiß Angler, brauch ich auch mal ab jetzt hier. Geh mal auf den Sack. So, komm. Tschüss, ich glaub. Warum hast du nicht auch mal mit dem Minecraft-Technik gespielt? Hm, ich hab mal mit dem, äh, normalen, wie hieß das? Hannibal. Achso. Gespielt. Hab da gesagt, boah, sieht das cool aus. Boah, Henrik, man, das habt ihr echt cool gemacht. Und dann war das gleich das, was die gemacht haben. Genau. Das war so geil. So, dass ihr das gemacht habt. Das war so peinlich. Ja, ja, war es auch wirklich. Aber es war so, dieser Moment, wo ich gesagt hab, nee, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendwie dann so, das ist gar nicht das von dem, und dann so, hä, hä, und dann so, oh. So, warte mal. Achso, ja, Konrad, dein, äh, dein Baustab, den möchte ich dir mal zurückgeben. Ja, warte, ich guck mal, Herbert, hast du Oatnay, ne? Ich weiß ja nicht, musst du nachgucken. Ach man, ich, ich tippe mich jetzt mal zu dem Außenposten, den muss ich noch umlegen, den... Ja, warum? Ja, weil, das ist bei, ne, wenn ich an deinem E-System ran muss, ist ja alles neu jetzt hier für mich. Achso, dass er andere Richtung ist, also andere Punkt. Brauchst du mal, ist deinem Haus geholt? Warte, ich bin grad bei Herbert. Oat, bitte, hab Oat. Ja, die Musik ist ganz so schön. Einstiegeln, einer reicht mir. Ja, macht das. Oh, geil. Hast du noch andere Garten zu fliegen? Hast du Watergarten? Nee, nee, oder? Das hab ich, glaub ich, noch nie gefunden. Nee, das ist... Hab ich auch noch nie gefunden. So, Ruben, ich bin zu Hause. Gibt's wahrscheinlich nur in Balms und Plenty-Vium. Wahrscheinlich. Hier, Ruben, das sind übrigens meine Mülltonnen, weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ja, ich hab die schon gesehen, ich hab die als allererstes gesehen. Okay, ja, ich war mir nicht die Option, aber... Geil, hab ich Oats auch, das heißt, ich hab alle... Das ist ja alle Elefant. Guck mal, Leute, wie jetzt ist alles gefüllt, ja! Dann kommt da noch die Pilz hin und hier die Watergarten, dann bin ich fertig. Nice. Ich hab das. So, Oat haken und Grassgarten durchstreichen. Perfeito. Gut, dann fehlen mir jetzt nur noch die Watergarten und die Mushroomgarten. Die habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Mushroomgarten habe ich aber auch schon mal gehabt. Ja? Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, die Mushroomgarten habe ich schon mal gefunden. Warte, ich guck mal, ich guck mal, was du für Mushroomgarten hast. Wachsen auf so Baumstämmen. Die sind weiß, glaube ich. Warte, die Uhrzeit muss sein, jetzt gucken wir nochmal an. Gucken wir auf 20 Minuten noch nicht ganz. Oh, die Musik ist schön. Bei mir sind deine Blöcke übrigens immer noch unsichtbar, Herbert. Und das liegt nicht am Shader und auch nicht am Tech-Jap-Pack, das ist bei beiden. Und die beiden ist ausmacht, ist komisch. Hatte ich aber früher auch mal so, dass die Cobblestone-Schüsselblöcke, dass die immer unsichtbar wurden. Ich weiß auch nicht, wo man das gelegen hat damals. Mushroom, Mushroom, Ride Mushroom. Guck mal, den nehme ich mir mit oben. Okay, der fehlt mir, glaube ich. Aber es gibt immer solche Baumstämme. Ja. Da sind dann solche weichen, weißen Gartens drauf. Wir haben noch Brown Mushroom und Red Mushroom. Dann habe ich alle Mushrooms. Es gibt eben nur eine Reihe, also nichts Spektakuläres. Ich weiß, ich werde das niemals nutzen, aber ich finde das so cool. Aber ich weiß gar nicht, wo mein... Doch, ich muss mal in meinen alten Anlass reingucken. Wo mein Außenposten eine Außenposten ist. Weißt du, wo ich damals gestorben bin am Spawn? Ja. Am Spawn wieder geblieben wurde und dann so ein kleines Häuschen gemacht habe. Weil damals habe ich auch so ein paar Schuhen und Dinger. So. Kann ich mich dran erinnern. Ich höre jetzt erstmal auf für heute. Wie spät ist es denn? Ich gucke auf mein Dach. Ist ja schön. Ah, sieht das sieht echt komisch aus. Aber ist mir egal, ey. Hauptsache, ich habe ein Dach über dem Kopf. So. Ähm, na gut. Dann ist aber auch endlich mal Schluss für heute. Zwei Stunden schon wieder alt. Wir haben jetzt so viele Folgen aufgenommen, die jetzt die freien Tage. Morgen ist auch noch ein freier Tag. Das eskaliert langsam hier. Na gut. Oh Gott. Aber morgen werde ich wahrscheinlich nicht so viel spielen. Ja, ich glaube, ich werde morgen um die Facharbeit kümmern. Ich auch nicht. Na dann ist morgen tote Hose hier. Na gut. Dann ist jetzt gut für heute. Ich sage Tschüssi, Kofsky. Bis denn. Haut rein. Ich sage Ruüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüsüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüheüüüüüüüüüüahüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü